In diesem Video erkläre ich die Autoregression. Eine der Annahmen der linearen Regression ist, dass wir keine Autokorrelation haben. Das heisst, dass die Fehlerterme nicht miteinander korrelieren. Mit einem normalen Datensatz ist das in der Regel gegeben. Anders ist das jedoch, wenn es sich beim Datensatz um Zeitreihen-Daten handelt. Wir können nicht davon ausgehen, dass der Wert von heute nicht mit dem Wert von gestern korreliert. Wenn wir zum Beispiel die Börsendaten anschauen und ein Unternehmen einen hohen Aktienwert hat, dann hat es in der Regel am nächsten Tag auch noch eher einen hohen Aktienwert, sogar noch einen höheren. Nicht plötzlich einen mega tiefen, dann wieder einen mega hohen und so, dass es völlig zufällige Werte sind. Deshalb können wir dort nicht davon ausgehen, sodass wir keine Autokorrelation haben. Nun, wie können wir das Ganze machen? Das Ganze können wir machen, indem wir die abhängige Variable auch als unabhängige reinnehmen, jedoch um eine Zeiteinheit davor. Das heisst, dass wir zum Beispiel den gestrigen Tag als erklärende Variable ins Modell reinnehmen. Als nächstes schauen wir uns an, wie wir das Ganze genau rechnen können. Dafür laden wir wieder das Package Tidyverse, dann den Datensatz Parteistärke Nationalrat, XLSX. Der Datensatz kann vom Bundesamt für Statistik heruntergeladen werden. Ich habe euch den Link hier ins Skript reingetan. Das Skript werde ich wie immer in der Beschreibung des Videos verlinken. Es handelt sich dabei um meine Excel-Datei. Das kann ich jetzt Read Excel, dann noch die Range angeben und weil die Enas mit Sternen markiert sind, sind die Missings Enas gleich Star. Wir können das einlesen. Dann machen wir den ganzen um. Die zwei Codes schauen dafür, dass, wenn wir ihn jetzt kurz anschauen, dann haben wir hier die Parteien und hier die Jahre. Wir wollen jedoch oben die Parteien, dass jede Partei eine Variable ist und dann eine Zeiteinheit. Deshalb führen wir die beiden aus. Jetzt haben wir es genauso, wie wir es brauchen. Also ein Jahr und dann jeweils die entsprechende Partei dazu, wie sie abgeschnitten haben bei den Wahlen für jede Legislatur. Nun, ein AR-Modell zu schätzen, ist ganz einfach. Wir können einfach eine normale lineare Regression schätzen und dann als abhängige Variable das, was wir wollen. Hier wollen wir zum Beispiel eine Autoregression für die SP schätzen. So nehmen wir die SP als abhängige Variable und gelegt als unabhängige Variable. Lag heisst ein Wert zurück. Das heisst zum Beispiel für 2019 wird der Wert von 2015 hier eingesetzt. Für den von 2015, den von 2011 und so weiter. Das bedeutet auch, der allererste Wert, der fliegt raus, weil es davor keinen gibt. Also der Wert 1919 wird dann nicht mehr vorhanden sein im Datensatz. Das heisst, wir verlieren eine Zeiteinheit. Data, die den Datensatz angeben, das anschauen, sehen, es ist signifikant. Und ein Wert von 0,9 des anderen Wertes wird mit dem vorhergehenden Wert erklärt. Wenn die SP um eine Einheit höher ist in einem vorgehenden Jahr, dann wird sie in der Legislatur später um 0,9 höher sein. Gut, nun können wir statt nur die letzte, könnten wir auch noch die vorletzte reinnehmen. Oder die vorletzte und die vorvorletzte. Schauen wir uns einfach, das kann man dann legen und dann nachher noch 0,2 neben dem normalen. Das ist dann ein AR2-Modell. Also zweite Ordnung. Kann auch dritte Ordnung, vierte Ordnung und so weiter. Ich dachte davon ab, wie viele Daten man hat. Wo zusätzliche Ordnung fliegt eine Zeiteinheit raus. Jetzt hier sehen wir, die erste Ordnung ist signifikant, während die zweite Ordnung nicht signifikant ist. Das heisst, wahrscheinlich liegen wir mit einem AR1-Modell ziemlich gut. Das Ganze kann man statt mit LM, kann man es auch mit ARMA rechnen. ARMA steht für Autoregression, Moving Average. Moving Average ist etwas ähnliches wie die Autoregression, jedoch statt dass es das Ganze mit der abhängigen Variable macht, macht es das Ganze mit dem Fehlerturm. Und das MA-Modell, Moving Average-Modell, das lässt sich nicht so einfach ohne weiteres mit der LM-Funktion schätzen, wie das AR-Modell. Auch hier können wir die Ordnung angeben. Der erste Wert ist jeweils die Autoregression, der zweite Wert wäre Moving Average. Das heisst, hier rechnen wir ein AR1-Modell, hier ein AR2-Modell. Time Series natürlich noch laden, das Package. Dann sehen wir, wir kriegen die gleichen Werte, die wir bereits oben mit der LM-Funktion gekriegt haben. Nur manchmal wollen wir die Autoregression reinnehmen, wir wollen aber auch noch weiter erklärende Variablen ins Modell reinnehmen. Also weitere X-Variablen neben der gelegten Y-Variablen. Das schauen wir uns im nächsten Schritt an. Dafür laden wir das Paket COV-Data, um Daten des Konjunkturbarometers, das COV-SRTH, laden zu können. Dann noch SU für Zeitdaten. Dann mit GetTimeSeries COV-Barometer holen wir die Daten. Die sind in einem Format, wo jede Zeile ein Jahr und jede Kolonne ein Monat. Wir wollen sie doch untereinander, dass quasi jede Zeile ein Jahr und Monat ist. Deshalb machen wir ein DataFrame daraus mit Time gleich S-Year-Mann, Time-Koff-Barometer und Koff-Barometer gleich S-Matrix-Koff-Barometer. Jetzt haben wir sie in dem Format, wie wir sie brauchen. Jetzt als nächstes, weil wir nur die Daten jeweils der Legislatur uns interessieren, und wir wollen schauen, was für einen Einfluss hat die Konjunktur kurz vor den Wahlen, das wäre im September, auf das Ergebnis der SP. Deshalb filtern wir die Daten, dass nur der September noch drin ist. Jetzt haben wir statt die ganzen Monate nur noch die September-Daten jedes Jahres und sagen, dass die Zeit nur noch das Jahr sein soll. Jetzt haben wir quasi den Monat rausgelöscht. Dann machen wir einen Inner-Join mit der Parteistärke, die wir vorhin hatten. Damit werden dann nur die Jahre übernommen, die wir auch effektiv brauchen. Sagen Jahr gleich Time. Jetzt haben wir die Parteistärke 2. Das sind natürlich nicht alle, aber wir sehen hier, der Koff-Barometer ist auch drin. Wir könnten das Ganze auch uns hier anschauen. Sehen wir am Anfang, wir haben den Koff-Barometer für die entsprechenden Jahre, seit 1991. Und nun, um das Modell zu schätzen, machen wir eigentlich genau das Gleiche wie vorhin. Einfach noch plus Koff-Barometer. Wir fügen den noch hinzu mit LM. Das funktioniert nur mit der LM-Funktion, nicht jedoch mit der ARMA-Funktion. Da können wir keine weiteren Variablen hinzufügen. Oder zumindest habe ich bis jetzt noch kein Beispiel gesehen und keine Lösung, wie man es machen könnte. Falls jemand eine Lösung kennt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen, der Konjunktur-Barometer scheint keinen Einfluss zu haben auf die Wahl der ESP. Es ist nicht signifikant. Jetzt ist auch der Lekt der ESP nicht mehr signifikant, wenn ihr auf die Konjunktur kontrolliert. So kann man eine Autoregression in A schätzen und interpretieren. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Und falls du von YouTube über zukünftige Videos von mir informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. YouTube informiert dich dann, wenn ich ein neues Video hochlade.